Kim, lass den Kopf nicht hängen, okay? Wenn die Zeit gekommen ist, dann findest du schon jemanden. Du hast leicht reden. Jungs, du machst nicht schlimmer lieber als mich. Bei dir stehen sie doch Schlange. Kein Bedarf. Mit meiner neuen Wohnung ist ein geregeltes Einkommen erstmal viel wichtiger. Sie gehören alleine dir. Ach, Zopf. Kim, schau mal da. Hörer, sieht schon ganz süß aus. Amy? Amy? Tut mir leid, sie ist neu hier. Ist okay, kann jedem passieren. Danke, dass du noch gewartet hast. Oh, gerne. Ah, warte, ich geb dir mal noch meine Nummer. Ich hab die schon. Deine Freundin hat sie mir gegeben. Hey, ist Amy schon da? Sie wurde gestern entlassen. Sie hat wohl Spülmittel in die Getränke gemischt. Ich hab die schon. Ich hab die schon. Ich hab die schon.